In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Grenzwerte von Funktionen mit Hilfe der Regel vom L'Hôpital bestimmen kann. Neben den Grundlagen werde ich hier noch ein paar typische Beispielaufgaben vorrechnen. Wenn ihr allerdings schwierigere Aufgaben dazu sucht, ein passendes Tutorial dazu findet ihr am Ende im Abspann. In erster Reihe ist es natürlich wichtig zu wissen, wann diese Regel überhaupt anwendbar ist. Die Antwort ist relativ leicht, und zwar, wenn bei der Grenzwertbetrachtung unbestimmte Ausdrücke vorkommen. Und diese Antwort führt wahrscheinlich bei den meisten von euch zu der nächsten Frage. Was ist denn ein unbestimmter Ausdruck? Naja, schauen wir uns mal kurz eine Grenzwertbetrachtung einer gebrochenen nationalen Funktion. Also, wir haben hier Limes, x gegen x0, x0 kann alles mögliche sein, eine Zahl oder sogar Plus oder Minus unendlich. Und wir haben hier eine gebrochenrationale Funktion, wobei ich Zähler mit f von x beschriftet habe und den Nenner mit g von x. Anhand einer bestimmten Grenzwertregel, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, kann man den Gesamtgrenzwert dieser Funktion ausrechnen, indem man das Ganze ein bisschen aufteilt. Und zwar, man rechnet getrennt einmal den Grenzwert des Zählers und getrennt den Grenzwert des Nenners und am Ende hat man sozusagen diesen Gesamtgrenzwert. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das Ganze mit einem unbestimmten Ausdruck zu tun hat, naja, an dieser Stelle kommt die Erklärung. Wenn wir Zähler und Nenner, also beides gegen diese x0 laufen lassen und in beiden Fällen 0 rauskommt, also man kann vereinfacht sagen, Zähler kommt 0 und Nenner kommt 0 raus, dann ist das ein unbestimmter Ausdruck. Allerdings ist das nicht der einzige Ausdruck, der unbestimmt ist. Alternativ kann auch passieren, dass unendlich durch unendlich oder minusunendlich durch minusunendlich rauskommt. Diese zwei sind zwar die wichtigsten Ausdrücke, aber leider nicht die einzigen. Deshalb will ich euch eine kleine Übersicht über alle diese unbestimmten Ausdrücke geben. Also bei der Zusammenfassung übernehme ich erstmal die zwei Standardfälle, die wir bereits angeschaut haben, 0 durch 0 und unendlich durch unendlich. Außerdem gibt es noch 0 mal unendlich, beziehungsweise plus minusunendlich, spielt an dieser Stelle keine Rolle. Dann gibt es noch unendlich minusunendlich, 0 hoch 0, 1 hoch unendlich und unendlich hoch 0. Und keine Sorge, diese fünf neuen Ausdrücke sind eigentlich keine besonderen Sachen. Man formt in solchen Stationen eigentlich die Funktionstherme so um, dass einer dieser Grundfälle eigentlich erkennbar ist. Also entweder 0 durch 0 wird am Ende stehen oder unendlich durch unendlich. Und weil wir jetzt wissen, wann die Regel anwendbar ist, ist es an der Zeit auch herauszufinden, was sie besagt. Das heißt, wir wollen immer noch den Grenzwert dieser gebrochenen nationalen Funktion bestimmen, wobei der Zähler f von x ist und der Nenner g von x. Anhand der Regel von L'Hôpital darf man Zähler und Nenner getrennt voneinander ableiten und dann auch getrennt die jeweiligen Grenzwerte für Zähler und Nenner bestimmen. Und meistens führt dann diese Rechnung zur Bestimmung des tatsächlichen Grenzwerts. Allerdings kann es natürlich im schlimmeren Fälle passieren, dass immer noch ein unbestimmter Ausdruck vorhanden ist. Deshalb kommt an dieser Stelle noch die gute Nachricht. Diese Regel von L'Hôpital kann auf dem gleichen Ausdruck mehrmals angewandt werden. Das bedeutet, wenn wir an dieser Stelle oben immer noch ein unbestimmter Ausdruck haben, dann können wir, wenn bedarf, nochmal ableiten und nochmal ableiten, nochmal ableiten. Bis irgendwann natürlich dieser Grenzwert bestimmt ist. Und damit das Ganze nicht so trocken und theoretisch ist, schauen wir uns jetzt noch ein einfaches Beispiel an. Wir haben also hier eine gebrochenrationale Funktion und wir wollen den Grenzwert dieser Funktion für x gegen 3 bestimmen. Also das heißt, in erster Reihe müssen wir überprüfen, ob es sich überhaupt um einen unbestimmten Ausdruck handelt. Naja, dafür setzen wir die 3 im Zähler und in Nenner getrennt und schauen, was rauskommt. Also wenn ich im Zähler jetzt die 3 einsetze, dann habe ich 3 hoch 2 sind 9. 9 minus 9 ist 0. Wie schreibt man die 0 hier an dieser Stelle? Dann und den Nenner. Wenn ich die 3 einsetze, habe ich 2 mal 3 sind 6. 6 minus 6 ist ebenfalls 0. Also wir haben einen unbestimmten Ausdruck. Aus diesem Grund können wir diese Regel von L'Hôpital anwenden. Also das heißt für uns Lim oder Limes x gegen 3. Und jetzt leiten wir Zähler und Nenner, die getrennt voneinander ab. Der Zähler abgeleitet ergibt 2x. Und Nenner, da bleibt ja nur noch die 2 übrig. Und jetzt versuchen wir es erneut, die 3 einzusetzen. Also die kann man nur noch in Zähler einsetzen. 2 mal 3 sind 6. 6 geteilt durch 2 sind wiederum 3. Und das ist unser Grenzwert. Und wir schauen uns jetzt natürlich deutlich interessantere Aufgaben an. Denn wir werden uns jetzt in diesem Tutorial nur auf die ersten 2 Grundfälle beziehen. Damit meine ich 0 durch 0 bzw. unendlich durch unendlich. Ein Tutorial für die anderen Fälle findet ihr, wenn bedarf, am Ende dieses Videos im Abspann. Und das hier ist unsere erste Beispielaufgabe. Selbstverständlich müssen wir erstmal zuerst überprüfen, ob wir einen unbestimmten Ausdruck haben. Und dafür nehmen wir diese unendlich hier und setzen es gedanklich in Zähler und Nenner ein. Also wenn ich unendlich oben in Zähler einsetze, dann habe ich natürlich unendlich hoch 2 sind unendlich. 5 mal unendlich sind wiederum unendlich. Also im Zähler habe ich tatsächlich unendlich. Und wenn ich Nenner im Exponent unendlich einsetze, dann habe ich e hoch unendlich. e hoch unendlich ist natürlich ebenfalls unendlich. Also passt es. Das bedeutet, wir dürfen jetzt die Regel anwenden. Also werden wir praktisch Zähler und Nenner getrennt voneinander ableiten. 5x² abgeleitet sind natürlich 10x. Und e hoch 2x abgeleitet, naja, nur die zwei vom Exponenten kommen nach vorne, dann haben wir 2e hoch 2x. Jetzt nochmal den gleichen Check. Also wir versuchen erneut unendlich für x einzusetzen. Dann haben wir oben 10 mal unendlich sind immer noch unendlich. Und unten Nenner haben wir natürlich wieder unendlich. Also wir sind noch nicht fertig. Wir dürfen nochmal die Regel von L'Hôpital anwenden. Heißt für uns Limes x gegen unendlich. Und wir bilden jetzt nochmal die Ableitung. 10x abgeleitet sind natürlich 10. Und 2e hoch 2x, da kommen noch eine 2 vom Exponenten nach vorne, hat man 4e hoch 2x. So, wenn wir jetzt nochmal den Check machen, beziehungsweise unendlich einsetzen, dann oben Zähler können wir nicht einsetzen, wir haben nur eine Zahl. Und unter Nenner haben wir natürlich unendlich. Und zur Erinnerung, das ist einer der Grundregeln bei der Grenzwertbetrachtung. Wenn wir irgendwas, also irgendeine Zahl, durch unendlich teilen, dann kommt ein sehr kleines Ergebnis raus. Also das Ergebnis läuft gegen 0. Das ist dann auch unser Grenzwert. Die zweite Beispielaufgabe ist auf jeden Fall komplexer, sagen wir mal so, auf Prüfungsniveau. Und auch hier machen wir zuerst den Check, ob einer dieser unbestimmten Ausdrücke auftaucht. Also wir setzen oben in Zähler für x eine 4 ein. Dann haben wir entsprechend 4 hoch 2 sind 16. Und hier e hoch 0 ist 1. Also haben wir 16 minus 16. Entsprechend ergibt das in Zähler 0. Und in Nenner noch leichter Gamba, 4 minus 4 ist 0, hoch 2 bleibt 0. Also wir haben ein unbestimmter Ausdruck. Jetzt geht es ums Ableiten. Also wir haben Limes x gegen 4. Und wir müssen unser Zähler ableiten. Na ja, es sollte euch auffallen, dass vorne ein Produkt aus zwei Termen steht. Und beide beinhalten eine Variable. Deshalb verlangt das die sogenannte Produktregel. Und die minus 16 wird einfach verschwinden beim Ableiten. Also müssen wir hier für die vorderen Terme die Produktregel anwenden. Das heißt, zuerst leiten wir den ersten Term ab. 2x, dann den zweiten Abschreiben, e hoch 4 minus x. Und dann plus, erster Term wird abgeschrieben und zweiter Term wird abgeleitet. In dem Fall schreibe ich erstmal die e-Funktion so hin, wie sie da steht. Und die innere Ableitung oder die Ableitung des Exponenten hier wäre einfach minus 1. Minus 16 ist wie vorher schon gesagt weg. Und jetzt kümmern wir uns um den Nenner. Bei dem Nenner geht die 2 nach vorne, vor der Klammer. Die Klammer kriegt dann eine neue Hochzahl, und zwar hoch 1. Das müssen wir nicht unbedingt hinschreiben. Und die Innere Ableitung wäre 1. Also ist das alles, was übrig bleibt. Okay, dann schauen wir mal weiter. Auch hier wäre ein Check mit der 4 notwendig. Im Nenner ist es ganz einfach zu erkennen, wenn ich 4 einsetze, kommt wieder 0 raus. Und genau das gleiche wird auch im Zähler passieren, auch wenn ein bisschen das Ganze mit Mehraufwand verbunden ist, kommt ebenfalls 0 raus. Das bedeutet, das reicht nicht aus für uns. Wir müssen nochmal diese Regel vom L'Hôpital anwenden. Aber bevor wir nochmal ableiten, fassen wir unseren Nenner nochmal ein bisschen zusammen. Also ihr seht, der ist sehr groß, und das würde bedeuten, wir müssen hier sogar zweimal die Produktregel anwenden. Das wollen wir jetzt nicht. Deshalb kann man das Ganze auch noch ein bisschen vereinfachen. Und zwar, man klammert dieser gemeinsame Exponentialanteil raus, also diese E-Funktion. Einfach nach vorne ziehen. Und dann bleibt auf der linken Seite nur noch 2x übrig. Und auf der rechten Seite haben wir dieses x² und minus 1 hinten, also minus x hoch 2. So sieht es ein bisschen kompakter aus. Und im Nenner können wir auch die Klammer auflösen, dann haben wir 2x minus 8. Der Vorteil im Zähler wäre, wenn wir jetzt L'Hôpital anwenden, dass wir nur einmal die Produktregel anwenden und nicht wieder zweimal. Also jetzt leiten wir es ab, wie der Zählung Nenner. Heißt x gegen 4. Und die E-Funktion ist unser erster Term. Also die wird zuerst abgeleitet. Dann haben wir minus e hoch 4 minus x. Dann die Klammer wird nur abgeschrieben. 2x minus x². Plus, dann wird die E-Funktion zuerst abgeschrieben. Und dann die Klammer abgeleitet. 2x abgeleitet sind 2 und minus x² abgeleitet sind natürlich minus 2x. Und gleichzeitig können wir auch den Nenner ableiten. Das sieht schon viel, viel besser aus. Da steht nur eine 2. Also wenigstens haben wir jetzt nicht mehr geteilt durch 0. Also das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist im Zähler für x die 4 einzusetzen und gucken, was rauskommt. Also, ihr könnt das auch sehr ausführlich machen. Ich werde es ein bisschen so beschleunigen an dieser Stelle. Vorne haben wir praktisch e hoch 0 ist 1. Also was rauskommt, ist eigentlich minus 1 mal die Klammer. Da habe ich 4 mal 2 sind 8. Minus 16 sind minus 8. Dann plus, wieder e hoch 0 ist ebenfalls 1. Und in der Klammer haben wir dann 2 und minus 8. Gut, das Ganze geteilt durch 2. Und jetzt können wir es ausrechnen. Vorne haben wir dann plus 8. Und wenn wir die Klammer auflösen, dann haben wir noch 2 minus 8. Die 8er kürzen sich weg. Und dann bleibt ja nur noch 2 durch 2 übrig, was wiederum 1 ist. Das ist unser Grenzwert. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Wie bereits am Anfang erwähnt, es gibt noch schwierigere Aufgaben in Bezug auf diese Regel von L'Hôpital. Außerdem habt ihr bereits bemerkt, die Ableitungsregel, wie Ketten- und Produktregel, spielen auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang. Und es gibt natürlich auch noch weitere Regeln und Kriterien, mit denen man Grenzwerte von Funktionen bestimmen kann. In diesem Zusammenhang machen natürlich auch noch die Grenzwerte bzw. Konvergenzkriterien für Folgen und Reihen Sinn. Und wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht.